Ok wir springen hier raus bei der Markierung Und wir schauen, dass wir gleich auf dem Dach landen Ja, das geht sich schon raus Ok, 4 Spieler sind da Aber wieso flinkt sie nicht weiter? Ok, ja ich muss den Fallschirm auch aufmachen weil sonst komme ich nicht so weit Nicht über 50 Ah der fasche Ja der fährt runter oder? Ich komme leider auch nicht zu weit Aber er weiter als die anderen bin ich Das ist schon gut Perfekt Der eine Typ hat hier ein Auto und fährt hier her 100%ig Ich muss schauen, dass ich gleich aufs erste Haus hier komme Fällt einer rüber laufen Kann ich ihm noch wegrotzen So das ist mein Plan Aber gelingt ist die andere Frage Gell? Aber gelingt ist die andere Frage, gell? Position einen? Gibt hier keinen Scope? Doch LOL Der soll der Rückkehr laufen Der soll der Rückkehr laufen Der soll der Rückkehr laufen Okay Aber hier sind vier abgesprungen Das ist der zweite also müssen noch zwei sein Der eine der was schießt Keine Ahnung wo der rumkurft rumkurft Es geht ja Hat er nicht getauscht? Wo fährt dann rum? Egal lassen wir Das nehmen wir auch noch mit Wir gehen gleich rüber So viel Zeit muss sein Die für die Bombenzone kommt Wir looten hier drin schnell dann gehen wir eine nörd hier ist das davon für den 16 erlassen wird erlassen was war das jetzt ok auf jeden Fall ist da drin ist der wieder rein? ne ok das war der einzige Typ aber der hat da noch nicht gelootet besuch komischer Typ der war hier noch gar nicht dumm oder doch? ist nicht der gleiche ja nur ein Vierfach Scope wir gehen auf jeden Fall zurück wir sind ja auch gar nicht mehr in der Zone ok man merkt schon dass auf diesen Server sind die Leute einfach für sie schwach ich weiß nicht wieso auf EU Server so gute Spieler sind ok wir sind hier fertig ja komm nimmer mit ist hier schon egal hier liegt auch noch eine Backung die drei Weste wäre nicht schlecht das passt dann nirgends mehr auf ok ja komm hau mal ab kommt jetzt vorne schon schau hier trotzdem nochmal rein ganz kurz vielleicht finde ich ja noch eine die drei Weste oder sowas in der Art ok leider sonst ist hier nichts warte man kommt hier auch rauf oder kommt man hier rauf boah ich weiß es nicht nee komm ich nepp muss jetzt das Moped die Jetser sind 50 Spieler nur noch oh le wer hat der Runde ja erst angefangen wir schauen wir auf die Brücke ich fahre aber gleich für über so wie sieht jetzt keiner nirgends mehr geht jetzt schickt die Schallmann hier immer weg von den Häusern Wir gehen zur Halle herrüber. Wir gehen zur Halle herrüber. Wir gehen hier rauf. Wir gehen zur Halle herrüber. Wir gehen zur Halle herrüber. Wir gehen zur Halle herrüber. Ach, hier sind zwei Scheißhäuser. Wir gehen zur Halle herrüber. Okay. Okay. Wir gehen zur Halle herrüber. Das war einer, oder? Okay, da ist die noch. Jetzt haben wir hier rauf. Da hat er ja auch nichts. Oh, genau. Jetzt kommt die Pumpe zu. Okay. Dann gehen wir hier gleich rein. Hier ist der Balkon deswegen. Da hat er doch nichts hin, oder? Doch, geht doch. Hier liegt noch in der Skar. Ja, Munition habe ich genug. Weg von den Mauern. Die Mauern sind so gefährlich hier. Ich weiß nicht. Warte mal, wo sind wir? Wir warten jetzt. Wir warten jetzt auf die Zone ab. Ja, so. Okay. Vielleicht kommt von da noch jemand. Ich bin eigentlich nicht so gerne so in Häusern drin. Gehen wir ins andere Haus looten noch. Ich bin eigentlich nicht so in Häusern drin. Ich bin schon der D3-Rucksack. Gott sei Dank bin ich hier alleine. AKM? Nee, ich lass das so. Ich bin halt auch die SKS. Die hat zwar nur 10 Schuss, aber für einen Gegner erreicht das. Sollte er es zumindest. Vektor. Fakti Vektor. Fakti Vektor. Das ist hart. Schauen wir mal, dass ich den Weg damit nehme. Eigentlich verläuft sich das alles. Oh, ich bin sogar noch in der Zone. Schau. Nee, ich bleibe hier. Bin ich. Okay, wenn in der Stadt wäre der Kreis, würde ich die Vektor mitnehmen. Aber so. Der Bunker da von mir. Wenn man da drüber kommt. Nee, Vektor lassen wir hier. Ich habe hier schon genug. Richtig. Kommt der Herr zu mir vielleicht? Nein, ich will. Es wird verdient." Das ist nicht einfach. Ich habe das Gebet gelastet. Du wirst sie in den Bunkern. Das ist nicht. Du wirst das noch in der Bunkern." Ich kann das noch in der Bunkern. Ich kann das nicht mehr. Vielen Dank. Ach, glaubst du ja jetzt weiter? 100%. Fahne sehza Punk again. noch Okay, der fährt weg. Einer Typ wird beschossen. Aber jetzt wo ich sage, ich dachte schon hier ist jemand, wo hat er ihn beschossen von wo? Der Typ hinter mir, der muss zu mir kommen. Okay. Die müssen zu mir kommen. Ich hoffe ich zumindest. Bleib mal jetzt genau hier. Ich muss nur aufpassen, als von hier keiner kommt. Nur noch 70 spieler. Ja komm, wir nehmen eins. Wieso sehe ich das so spät? Ich glaube der hat eine AWM. Aber jetzt brauche ich nicht mehr, bei den letzten spielern interessiert mich die AWM auch nicht mehr. Ich muss hier bleiben, weil vor mir sind spieler, hinter mir sind spieler. Der fährt mit dem Chip hier rum. Ja. 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 Ich bin ein Ding. Okay. die müssen ja zu mir kommen ja 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 kommt noch einer sieht nichts aus k k Untertitelung des ZDF, 2020 Holy shit! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Nepter untertitelt kaputt Ne haben wir vom auch nicht mehr die hüte ist noch in der zone ok muss es mir kommen Das war's. Okay. Hey, das ist wieder so knapp. Er hat darunter geschossen. Ich hab ne... Ich seh ihn, ja. Ich steck hier fest. Okay. So, einer noch. Ich weiß halt nicht, wo er ist. Ich weiß halt nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Wenn ich nur wüsste, wo er ist. Auf jeden Fall bei der Straße drüben. Ich kann halt nicht schießen. Wenn ich nur wüsste, wo er ist. Er ist auf jeden Fall im Vorteil. Nein, er muss über die Straße rüber. Wo ist er? Gewinner, Gewinner, Hühnchendinner. Perfekt. Geile Runde, echt. Eine perfekte Runde. Hühnchendinner. Holy moly. 12 Kills. So gut war ich noch nie. Perfekt. Ich dachte, er ist auf der anderen Straßenseite. Dabei ist ein Busch da drin. Wenn man im Busch ist, sollte man den Helm ausziehen. Der Helm verrät einen echt. Hätte er den Helm nicht auf, hätte ich ihn nicht gesehen? Gott sei Dank habe ich gewonnen, ey. Puh. Okay. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Boah, Alter, das war eine geile Runde. Puh. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.